Strecke wie gesagt Richtung Süden Durch den Wald? Ja, ist ja ein kleiner Wald Also Südwesten eigentlich fahren wir Bisschen weiter nach rechts Nicht durch den Wald Viertel links Ja, so ist gut Wir verlieren Sie Kontakt zu euch Verstanden, ein bisschen langsamer Langsamer Bios Ja Toll, jetzt fahre ich zu zweit Wir sind wieder auf der Straße Verstanden, du kannst ein bisschen schneller Wir sind jetzt gleich auf der Straße Ich sage, komm, da komm ich nicht nach Oh, ich stehe durch die Straße Stopp! Wo? Stopp, du! Da sind sie schon Hallo, Alter, wo ist der Schuss? Achtung, vor uns, Straße entlang Jackson Helikett Seine Kanone ist down Verstanden Ich habe ihn Richtscheine Triebe ist im Heimer Ja Guck Guck dir die linke Flanke an Ich höre was Auf unserer 10, 11 Weiß was Ich habe einen weißen Bildschirm Linke Flanke vermutlich Ja Ja Auf 12, auf 12 Uhr Von dir auf 3, Junge Verstanden, auf 3 Uhr Auf meiner 3, richtig? Auf einer 9 Uhr 9, 9 Uhr, 9 Uhr Also hinter mir Mein Fahrer sagt, es ist ein Heuhausen Ok Haben Helikett ausgeschalten Habe Getriebe schaden Bei der Flanke Nein, nein, oben KG Bypass spawnst du Bei der FOP da oben Ja, genau Und dann läufst du zu mir Möbius, geh mal raus und reparier, bitte Wo seid ihr, das ist D4 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 Zurück setzen Jetzt ist er gerade Zurück Bist du da? Ich höre euch, aber ich sehe noch nichts Ja, ich sehe euch Sag dann, wenn wir stoppen sollen Sitzt du im Tiger oder? Tiger, Tiger 1, stopp Panzer halt Ich komme Kletterer auf dem Panzer Siehst du was? Negativ, ich habe auch nichts mehr Lass mich einsteigen 3 Ähm, ich glaube, die sind durchgedonnert Ah, verstanden Ich hab zwei aufgerissen mal Äh, war wahrscheinlich was leichtes Jackson haben wir Drei haben sie, oder? Zwei Panzer Gut Gut Wir fahren zurück zu Kakebarpa Wechseln den Jagdtiger auf dem Panzer 4 Und fahren runter Roger, willkommen Ihr fahrt los und wir warten Ihr fahrt los Bleib stehen, Mervis Bleib stehen Ihr fahrt, wir decken Ihr fahrt als erstes Verstanden Ja, wir sind schon unterwegs Da braucht ein bisschen Was für eines Grazie apons Zwei 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 Gut, Mutter anlassen. Rechtsschwenk und Gas. Zurück zur KK Papa. Volldampf, Turm 6. Turm auf 6. Turm auf 6, ja man. So, laden high, oder? Ne, ne, Panzergranate. Smoke calling. Ready for attack. So, wir warten bis die gewechselt haben. Turm 12, 180 Grad Schwenk. Jetzt fahren wir dann Richtung Südosten, entlang der Grenze. Mhm. Stopp. Stopp. Panzermeier, du führst jetzt. Bei einem Schürzen? Ja, du nimmst einen mit Schürzen und du führst jetzt. Äh, was sag ich, hab mich gespielt. Hüi. Weißt du, dann kann ich den Getriebe vollständig verlieren. Haben einen Jackson ausgeschalten und fahren jetzt zur Zone 1, zum Sektor 1. Okay. Okay. Könnt ihr die weiter aufhalten oder es sind die... Haben keine Sicht mehr und Sicht verloren und kann keine... Äh, äh, Panzermajor? Du fährst jetzt Richtung, äh, Südosten. Südosten der Grenze entlang. The careful of straining ones. Verstanden. Take cover. Oh, ich hab schon gepollen. Na, weißt du's krieg. So, das heißt wir müssen dann nach links rauf. Ja. Wir fahren also runter bis zu Sektor 1, ja? Wir fahren euch nach. So, Motor anlassen und nachfahren. Alles klar. Wenn wir zu Schelk sind, wir klauen. Schnell durch, ja? Pass auf die Minen auf. Verstanden. Ich glaube, wir sind im Wald dran entlang. Ja. Turm auf. 1.30 Uhr. Turm auf. 1.30 Uhr. Turm auf. 1.30 Uhr. 2.30 Uhr. 2.30 Uhr. 2.30 Uhr. Halt, 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 halt! Wir stecken graben! Stop! Graben! Zurück! 3.30 Uhr. vorbei, da ist es Flacher, da gehen wir durch. Fahr im Hinterher. Hier ist Flacher, ja. Maxi, in Sektor 1, wo können wir uns da gut hin platzieren? Wo möchtest du uns haben, in Sektor 1? Komm direkt zu Sörs, komm direkt zu Sörs. Verstanden. In Sektor 1 fahren wir dann zu Sörs, Panzermajor. Verstanden. Ist Sörs nicht schon gefallen? Ich habe die Anweisung, dass wir nach Sörs kommen sollen. Viertel links, 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 ja gut so, gerade. Er ist links, er ist links, er ist links. Ich habe nichts mehr bekommen, und wenn dann, dann sind wir wahrscheinlich zu Hannibal. Das ist links, ich habe es nicht vergessen. Hier ist es links, von Sektor 2, in Sektor 3, in Sektor 4, in Sektor 3, in Sektor 3, oder in Sektor 3, in Sektor 4, in Sektor 3, in Sektor 4, in Sektor 3, in Sektor 5-4, in Sektor 3.in. Wir sind jetzt in Sektor 2, wir sind gleich da. Wir kommen vom Norden. Ist Source noch umkämpft? Source ist frei, Source gehört uns. Source ist frei, Source gehört uns. Wahrscheinlich unsere Truppen auf Source. Alles klar. Kann wahrscheinlich. Da vorne ist ein Flayer. Viertel längs. Ja, gut so. Ist der vier da hinter uns? Ne, der ist vor uns irgendwo. Der ist rechts, der ist auf 2 Uhr. Auf 2 Uhr drehen und vorfahren. Und Gas. Ah, ich sehe da vorne. Hängt uns ab. Ah, da vorne ist er. Auf dich Kampfer. Warum hältst du? Wer soll nach Source? Hast du Kontakt? Wir haben 12. Okay, warte auf. Ich hätte euch nicht mal gesehen. Also unsere Position, Heinrich 8, 9, 7. Achtung, Graben. Fahr auf Heinrich 8, 9, 7. Oh, da brennt was auf 1 Uhr. Ja. Fahr auf Heinrich 8, 9, 7. Ja. Ich bin unter Luca. Wir werden uns das vorher gleich auf uns ziehen. Bitte noch auf Panzer brechen und bleiben. Ja. Da schießt was. Langsam. Wart ihr das? Ne. Echt oder rechts war das. Wo ist der Panzer? Der ist westlich. Der ist irgendwo westlich. Ah, da dürfte ich durch zwei Uhr sein, wo der Panzer 4 hinfährt. Ja. Da habe ich gar nicht zufrieden. Da hin drehen, ja. Auf freier Fläche. Ja. Wir gehen da beim Heuballen in Stellung dann. Irgendwo da blick Richtung Panzer 4 musst du sein. Ja. Fahr zum Panzer 4 vor. Ja. Gehe links vom Panzer 4 in Stellung. Ja. Und Stopp. Stopp. Bisschen zurück. Zurück. Ist der Feind voraus? Und Stopp. Nee, nee. Das ist ein Toter. Stopp. Richtung Westen drehen. Fahrzeug rechts. Nee, da vor uns liegt ein Feind, glaube ich. Feuer frei. Nee, nee, nee. Ist unserer. 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 Er wickelt. Ja, genau. Ja, 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 ja. Kannst du nicht drüber. Siehst du was? Da hinten, wo die Flares leuchtet. Ja. Kann ich den Turm drehen? Auf 1 Uhr. Da konnten wir ihn ganz kurz sehen. Auf 1 Uhr konnten wir ihn ganz kurz sehen. 1 Uhr ist... Vor. Panzer 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 vor. Kannst du jedenfalls gefragt, ob sie noch eine Flair schicken kann? Schickt noch eine Flair dorthin, wo der Panzer war. Und Stopp. Stopp. Er war auf 1. Auf 1 Uhr war er. Ich weiß nicht genau wo er war. Wir sind aktuell 50 Meter nördlich von Source. We are moving south. We have got fully wiped from an enemy squad. We have got fully wiped from an enemy squad. Ich habe eine Panzerspringronate, wenn du brauchst, ne? Okay, achte auf die Flair. Das ist die grobe Koordinate. Das ist auch schon 5 Minuten her. Das könnte weggebewegt sein. Da hinten, wo die Flair ist. Da war der letzte Kontakt. Auf 1. Ah, schau. Da, wo die Flair jetzt ist. Da war der letzte Kontakt. Ah, da ist nix. Flair, bestätige. Aber der ist weg. Kommt noch eine Flair? Ja. Ja. Nee, nichts zu erkennen. Egal. Du hast den Schuss genommen und verfehlt. Was passiert? Verstanden. Maxi, sollen wir bei Source bleiben? Warten? Und warten? Und den Punkt verteidigen? Ja, ihr bleibt mit mir hier. Okay. Ihr macht mit mir direkt Punkt verteidigen. Wir haben keine... Wir machen Punkt verteidigung. Aber wir haben... Wir warten hier. Alles klar. Wir warten hier. Vergiss 3 und 4 Uhr nicht, Panzer Meier. Es kann sein, dass die uns umfahren. Ja, schon. Wir warten hier. Maxi ist da. Maxi? Ja. Also wenn ihr eine Flair schießt... Wir haben es nicht gesehen. Haben wir. Wir haben es nicht gesehen. Also der war in der Richtung von den Flares. Wir sehen ihn aber. Ah, verstanden. Aber er schießt nicht. Das heißt, er wartet auch auf uns. Ja. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich austoben. Das... Das machen wir auch. Ich hätte schwört, könnte ich jedem noch eine reingetragen. Danke. Ist auch jemand zufriedigung? Ja, wird's mir, das Kalt. Der wird bald nicht. Haha. maxi was hältst du davon wenn wir vielleicht ein panzer abziehen und den zweiten punkt angreifen ja mach das mal versucht zu hannibal zu fahren mit dem anderen der ist dementsprechend südlich muss seine koordinaten direkt abfragen die machen den hauptangriff und die sande versucht hinten rein zu sneaken verstanden wir werden jetzt hat sich das schon wieder vertan so was hat er für eine 4 panzer major hörst du mich hört zu wir haben anweisung den angriff unten zu unterstützen ihr haltet hier und verteidigt den punkt ja alles klar wir halten halten den punkt verstanden wenn was ist maximale sie da und motor anlassen wir fahren jetzt in richtung wehrmacht ja und zwar richtung osten trainern richtung süden runter fahren beim headquarter vorbei und greifen was richtung osten nach westen an auf den unteren punkte sagen wir löst du mich ja ich höre dich wir sollen den zweiten punkt angreifen gibt mir eine gute position eine sekunde bitte fahr ein bisschen weiter östlich wenn ihr auf ordinate heinrich 873 fahrt von dort aus könnte warte werden beschossen da ist was von wo ist er zurück und links einschlagen zurück und links wir fahren wir aus den bäumen raus tun ja vor nach rechts nach rechts richtung norden drehen ja und stop so dass ja es von hinten sie werden von hinten angegriffen er wurde ausgeschaltet von hinten aber ich kann den feindpanzer nicht erkennen ja das steht direkt bei uns also ungefähr hotel 7 hotel 6 4 ungefähr 7 ich kann ausleuchten wenn wenn ihr sichtkontakt auf die koordinaten ja ausleuchten sofort 11 30 kanone ich habe ich habe den oberblast gesehen ok wo war der oberblast genau in etwa in der richtung ich bin ja ich sehe es der anschlag glaube ich motor anlassen und motor an lassen und ausrichten auf das wäldchen auf 10 uhr da links steht er da links steht irgendwo dahinten könnte man da hinschießen auf verdacht dann weiß er auch wo wir sind ne 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 warte mal ne der hat auf das frank noch geschossen ausrichten richter aus das fahrzeug ausrichten auf 10 uhr fahr vielleicht den meter zurück und dann richter aus ja genau stopp und jetzt kannst du ausrichten nach links ja gut so stopp ein jeweil für gruppe jetzt hört zu der obere punkt wird vom panzer angegriffen ich muss oben unterstützen wieder ja copy wir haben feindpanzer hier bei uns hotel 98 schon ok wir fahren wir fahren richtung ein uhr fahren wir vorher und fahren das welchen links kann ohne geht auf 11 ja du darfst wieder ins kampfgebiet ja ja rück vor wieder neben panzer 4 ich brauche noch eine flair jetzt viertel links wir wurden gerade ausgeschalten so langsam stopp panzer 11 uhr 20 gesichtet 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 200 ja fährt nach rechts weiter ah fuck wo ist er jetzt hier nicht mehr jetzt ist er 12 10 keine sicht ok er fährt nach rechts panzer nach rechts ausrichten kanone 11 panzer nach rechts kanone 11 wir fahren nach rechts rechts ja ja jackson fahr vor ja bleib in der senke drin und fahr vor schneller du hast gerade bleiben ja und halb jetzt halt habt ihr den erwischt in dem 10 10 negativ ist abgehauen alles klar fahr vor 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 Nach links drehen! Links! Und halt! Das waren... Halt! Das waren Heuballen Ich guck rechts, du guckst links Ja, mit der Kanone mal gucken Ne Ne Nichts zu erkennen Raad, wo da hin ist Fahre wieder aus Richtung Norden Bitte? Fahr wieder Richtung Norden, so wie wir vorher gefahren sind Wir fahren von Norden runter wieder nach... Ja, so wie vorher, ne? Jawoll Ich höre was Ja, so wie wir uns das haben... Ja, das ist richtig... Hier ist das... Ja, das ist das... Ja, das ist das... Ja... Ja, das ist das... Ja... Ja... Maxi, hast du Panzersichtungen irgendwo im Süden? Noch nicht, nein, aber die in Sherman ist irgendwo im Wald. Irgendwo im Wald, sagt er. Hier was? Ja. Irgendwo auf der neuen Richtung. Ja, da ist nichts, da ist eine Freja, aber sonst ist da gar nichts. Oh! Ja, das ist klar. 2.0 im Punkt ist der Panzer IV, äh, der, äh, Sherman, M1, sorry. Source? Okay, wir fahren nach Source. Sherman ist auf Source. Der Sherman unterwegs auf Source. Nicht Sherman, sorry, äh, M10. M10 ist auf Source, ist das korrekt? M10 ist auf Source, ist das korrekt? Ja, das ist an M10, das wurde mitgeteilt vorhin. Okay, das ist, äh, da musst du umdrehen. Ja, genau. Okay, wir haben Sektor I. Maybe try to leave the fights, let the enemy go back. Wir sind komplett eingekestelt, aus Norden und aus Süden. Der Panzer erschießt uns zusammen und die Respawnwelle greift uns gerade von Nord an. Unsere aktuelle Position ist folgende, Heinrich 973 bis Heinrich 971. Schäffi, my position. Hm, 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 hm. Die Sonne kommt raus. Die Sonne kommt raus, ja. Die Sonne kommt raus. Die Sonne kommt raus. Wo ist der Panzer? Nach rechts, viertel rechts, nicht im Wald. Panzer, halt. Der ist links vom Haus, links vom Haus bei Beuys-Chakwey. Links vom Haus bei Beuys-Chakwey. Also nicht mehr bei Sons, oder wie? Es sind wahrscheinlich zwei Panzer. Okay, wir fahren runter, wir fahren Richtung Süden runter, zum zweiten Punkt. Fahr zum zweiten Punkt runter. Ja. Äh, wohl genau? Nach, äh, Beuys-Chakwey. Beuys-Chakwey. Alles klar. Wah-Gash-Gash-Gash-Gash-Gash-Gash-Gash-Tank-Send I wanna- ganz nach. Diese Musik einfządz an. da muss irgendwo sein jetzt dann war vor und kurz halt ich muss die voraus zu sagen weiß ich nicht wo ist der panzer wo ist der panzer dr1 h186 gib mir in der richtung ok 2 to get to your position ok fahr vor ich versuche mit taicho dementsprechend östlich anzugreifen ich versuche mit iG9 also resten von uns westlich ohne panzerunterstützung versuch du die östliche seite zu machen so gut es geht wo ist der panzer vor panzer und schützen und dementsprechend punkten stop kanona auf 12 uhr 30 kanona auf 12 uhr 30 links neben dem haus auf 12 uhr 30 habe ich war kurz ist kurz nicht die leute aufgetaucht ok er ist jetzt nicht im feuer halt da ist die infanterie ist das eigener der feine infanterie in dem gebäude kannst nicht erkennen warte kurz muss nachfragen smoke hinter dem gebäude eventuell es hat geplatzt ist der enemy infanterie auf H957 auf der long big building auf der 2nd point in der sause komm mit meyer ja aber es ist so nicht los es ist so nicht los es ist so nicht los H5 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 Amt schümmel gut wir fahren jetzt mal zum gebäude für ja maint até Du musst einen Puls zusammen machen, auf der rechten Seite auf das nächste Objektiv Okay, wir pushen auf das nächste Objektiv Okay, auf den Süd-Wüste Von Süd-Wüste Okay Okay, fahr vor Fahr vor zum großen Gebäude Wie ist deine Position Panzer-Major? Resist, where are you? Wie ist deine Position? Eine Minute Fahr zu uns, weißt du unsere Position? Wir sind beim unteren Punkt, beim südlichen Okay, I'm sending a Super-Soldier in Texas Links vom Gebäude, schnell umgehen Ja Okay, thank you Bitte in der Nähe Danke Und halt 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 Lig Halt má Kanone darf sich frei bewegen. Wie ist deine Position? Panzermajor. Bist du hinter uns? Verstanden. Geh links neben mir in Stellung. Wir greifen dann den zweiten Punkt an, ja? Verstanden, wir bleiben hinter euch. Wie konnte sich der so ran sneaken eigentlich vorhin? Von hinten? Weiß ich auch nicht. Ja, von hinten, da hinten. Sorry. Anges... Ey... 50 Meter Abstand. Ich möchte nicht, dass uns ein Mosquito gemeinsam ausschaltet. Keks an ZMG, Keks an ZMG. Die ist damaged, aber... Von der Halbkette. Sie ist schlecht. Machst du mal? Mein Ausflag? Ja, genau. Und wir bleiben in der Senke, wir bleiben in der Senke, ich seh eh drüber. Und dann bleiben wir stehen. Wo fährst du denn hin? Was? Stopp, 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 stopp. Da in der Senke bleiben wir, nach links. Auf 10.30 Uhr. 30? Ja, 10.30 Uhr. Ja, 10.30 Uhr. Ja, so, jetzt bleib stehen. Dann müssen wir nach Norden, müssen wir dann zum... Nach Nordwesten, müssen wir dann zum zweiten Punkt. Okay. Ja, also richtig mal aus. Fahr mal Richtung Westen. Westen? Ja. Ja, das ist hier. Bisschen nach links. Viertel links. Viertel links. Genau, gerade. Viertel links. Viertel links. Viertel links. Ja, genau, gerade. G797, got you. So, Viertel links. Tor stopp. Max, wie lang braucht ihr noch zum Sondieren? Wir sind fertig. Ihr bleibt oben dann dementsprechend stehen, in Deckung, dass wir keine Motorengeräusche Richtung Punkt haben. Verstanden. Gut, das heißt, wir fahren zum Wäldchen vor. Auf 12 Uhr. Bleiben dann mit dem Wäldchen irgendwo stehen, ne? Ja. Mach mal Pause. Lass mal die Infanterie vor. Ja, für den. Ja, ich sehe. Okay, fahrt mir nach, ich bin die Halbkette. Okay, wir fahren dir nach, der Halbkette nachfahren. Also erstmal durch den Wald, da kann ich dir leider nicht den Weg geben, ich fahr so selber durch. Ja, ich sehe es. Langsam. Wir werden uns ungefähr auf Friedrich 8, 5, 2 positionieren, südlich des Waldstücks, wo das du auch sehen kannst. Und dort werden wir dann dementsprechend erstmal abwauen. Um. Bisschen längs. Naja, kommen wir nicht durch, oder? Oh doch. Oh doch. Abkattest du auf 11? Ja. Baumstumpf, Baumstumpf. Ich glaube, kann ich nicht durchfahren, natürlich. Baum. Dann können wir endlich die Bäume umfahren. Das wird alles noch gemodet. Baum rechts. So, mit Fliegschwung rauf. Hopp. Schwung. Was war das? Was war das? Irgendwann Fark ist explodiert. Was? Br1, G6, 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 G4. Alles gut. Ich habe jetzt Sichtkontakt verloren. Ein bisschen vor Ort. Graben, 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 graben. Stop, 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 stop. Graben, nicht in Gram rein. Junge, 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 zurück. Zurück, zurück, zurück. Achtung, Panzermeyer Graben vor uns. Links kannst du durch. Gerade zurück und dann nach links. Wo hänge ich? Ja, dann jetzt nach links. Ja, jetzt links. Gas. Gerade aus. Ja. Na, können nicht. Ich kann nicht weiter. Nee, wir resetten. Okay, steck aus. Alle weg vom Panzer. Ja. Alter. Schießen wir. Die Sekretär kaputt. Nee. Sie schießt auf dem Panzer. Es geht. Ja, dann rein mit dir. Alter. So, wir fahren. Und Gas. Ja, versuch ich gerade. Geht nicht. Okay, dann wieder resetten. Alle raus. So, wieder rein. Das ist peinlich. Ja, ja. Tja, das Gelände ist ja sowas von scheiße. Hold for a second. Roger. We are holding. Nicht wieder in Graben über's. Ich habe gerade einmal 40 FPS, Alter. Es ist unglaublich. Can you repeat that? Repeat? Nein, ich bin nicht mehr. Richtung Norden. Achtung, Graben. Losgrabben. Hotter, Megafon, oder was? Die Halbkette ist da links. Fahr nach links. Danke, Cesar. Vielen Dank. Ja. Das ist es. Bohe. Herzчит 250 Jrs. Das istota après 30 Minuten. Das ist auch da. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. so jetzt nach rechts, nach rechts schwenk ah stop so jetzt Richtung Norden, der Halbkett danach langsam, langsam, stop geh links von mir in Stellung, links von mir in Stellung gehen, 50 Meter Abstand, Panzermajor Zugwechsel, Information, Reihe links überholen hörst du mich? Panzermajor, hörst du mich? Panzermajor, hörst du mich? ja, ich höre dich was für ein Rufzeichen bist du aktuell? welche Nummer hast du? 6 hörst du mich? nein, nein, das haben wir ja wenn ich eins drücke, höre ich dich nicht wenn ich eins drücke, höre ich dich nicht so, vier, jetzt, höre ich dich gut, vier, hörst du mich? jetzt haben wir die Nummer eins also die Nummer eins gut, dann fahr geh links neben mir in Stellung und wir fahren vor richten uns Richtung Norden aus, hast du verstanden? verstanden wir, ähm, wir haben ein enemy 50 Cal das schießt bei BR-1 so, Richtung Norden fahren nach Norden drinnen ja nimm dich das Straße, ist mir egal nimm die Straße rechts bitte nimm die Straße rechts du musst jetzt aufschließen, dass wir gemeinsam ins Kampfgebiet kommen, Panzer-Major alles los, hinterher vorne langsam der Punkt sollte etwa frei nur sein da ein bisschen weiter und bleib auf Höhe des Baums rechts stehen ja dass ich Infanterie beim Silo oben links stop Infanterie Silo Wasserspeicher das sind eigene, oder? ich weiß nicht ja, das sind eigene ja, das sind eigene ok nicht feuern ne, aber irgendwas ist am Silo drauf direkt am Silo das weiß ich nicht das eigene ist ok er wird geschossen ich schieß mal aufs Silo ja, nur ein bisschen nur im G du hast ihn das war's fahr vor fahr vor Panzermarsch ich vermute dahinter ist noch mehr 1-3 so, wir drehen jetzt wir verlassen die Straße rechts deck mich links stop, Panzerhaut Feinpanzer ja, Panzer Feinpanzer, genau die Straße entlang einmal getroffen Jackson Panzer eingehen Platz liegen stopp nicht bewegen guter Hit guter Hit guter Hit Panzermarjör guter Hit, gut gemacht komm, der Nehmer ja, der steht angewickelt zu uns ja, egal Treffer ich seh gar nix ein Schuss noch er brennt seh ich ja noch irgendwas vom Motorrad oder er brennt Jackson ausgeschalten ich hab den Kopf unten halten kannst du sehen, ob er down ist? ja, er ist down er brennt er brennt er kocht ja wo? das kommt von rechts Kanone auf 1 und halt ja halt, ich steh raus, raus, irgendwo der ZEF glaube ich ist ja 12, 12, 12, 12, 12 ja, stopp, da ist er 12 ne, fuck ne da war doch irgendwas Richtung Norden 2. Panzer ist ne PAK vielleicht? kann sein fahr mal langsam vor was war das, hat die es könnte auch ne PAK gewesen sein, ich weiß es nicht nicht es war irgendwas grosses, hat uns getroffen es war irgendwas grosses ja, wir sind ja durch doch gepault wo war die, war das ne PAK, was war das, was hat auf uns geschossen vorhin? stopp, PANZER HALT wo ist der Feindpanzer, Leute? eine PANZER auf der 1s Bewegung Kanone auf 1 hinterm Wald ist er glaube ich da haben wir irgendwas gesehen, Schuss ich glaube dass er hinterm Wald Nord-Nord-Öst Nord-Nord-Östlich ist gibt das eine Panzerweite Panzer Richtung Norden Norden 0-8 ja, ja eine PANZER ist führungslos Panzer 0-8 Grad oder was? äh, du bist führungslos? ist jemand in der PANZER? wiederholt 0-8 0-8 sorry, 0-8 ja also von 0-8 Grad also von 0-8 Grad ja, das ist genau der Wegschicht fahr vor fahr vor wo ist das 50k genau? ja somewhere north 0 oder 4dps auf der Position 4 Grad, auf 4 Grad drehen auf 4 Grad drehen ja STOP! HALBKETTE VOR UNS! HALBKETTE VOR UNS! HALBKETTE VOR UNS! HALBKETTE VOR UNS! DU BISST GENAU DRAUF! DU BISST GENAU DRAUF! zerstört HALBKETTE ZERSTÖRT! EFE! EFE! DAUTEN 4! DAUTEN 4! EFE, komm her! PANZER HALT! PANZER HALT! ja wir brauchen Medikin bei den PANZER wie ist dein Status PANZER MAJOR? zerstörter Panzer auf 10-30 HALBKETTE VOR UNS! PANZER 4! PANZER 4! PANZER 4! PANZER 4! PANZER 4! PANZER 5! PANZER 4! PANZER 5! PANZER 5! PANZER 5! Panzer. Oh Gott, das war's. Panzer links. Jackson links. Das ist das Frag, glaube ich. Ja, aber da ist noch ein zweites Frag. Ist der noch intakt? Der muss noch intakt sein. Da ist auch Feindinfanterie. Schieß mal hin, egal. Ich habe ihn erwischt. Aber der war... Zurücksetzen. Setz zurück. Gerade zurücksetzen. Hannibal, hörst du mich? Ich hör dich. Du bist down oder was? Ich war down, jetzt bin ich wieder da. Ich frag nicht, ob du bist. Ich bin direkt am Punkt. Rechts ist Infanterie. Und zwar auf 2. Turm 2. Ja, positiv. Turm 2 und halt. Da sind sie. Da irgendwo. Genau da. Da tut sich was. Von da kommen sie. HI laden und Feuer. Kommen, Norden. Panzer im Norden. Panzer im Norden. 39 laden und Richtung Norden drehen. Richtung Norden drehen, Kanone. Ja, genau. Druck vor uns jetzt. Ja, zurücksetzen. Gerade zurücksetzen. Ja. 0 bis 60, verstanden. I want to report to you guys that we have the enemy half-track in our possession. BR-1, have enemy half-track. Nicht auf die Halbkette schießen. Wir haben die Halbkette erobert. So, Panzer halt. Zurück auf die Straße. Decken die Straße. Da ist die Kanone ruhig. Sieh was? Ich kann nichts erkennen. Warte mal, da sehe ich das von rechts und links. Da kommt der Sherman. Da ist er, Sherman. Feuer. Zurück und rechts einschlagen. Zurück und rechts. Zurück und rechts. Zurück und rechts. Achtung, Sherman. Genau bei mir. Dreh die Front auf den Sherman. Und Feuer. Auf den Tor. Ich weiß es nicht vorher. Nicht vorher erledigt. Und nochmal, komm. Der brennt. Egal, Feuer. Das war's. Sherman ausgeschalten. 180 Grad, Dreh wieder. Gute Arbeit. Und ausrichten. Okay, der brennt. Wo sollen wir unterstützen? Wo sollen wir unsere HE hinpfeffern? Ich weiß nicht, wo HE hin. Aber unterstützt direkt die Gruppe am besten. Wir sind auf Gustav 759. Scheiße, rechts. Die kommen von rechts, glaube ich, oder? Aus Westen? Westlich? Entschuldigung, nicht Gustav 759. Gustav 7, 4. Westen, ja. Ja, der HE. Ja, Westen. Sie kommen aus Westen. Vereinzelt im Wald. Westen, ja. Sie kommen aus Westen. Waschneid. Im Wald. Westlich. Ich besitze das MG. Der Zicko. Unsere Verstärkung kommt von Norden in den Punkt. Okay, unsere kommt von Norden. Ja, auf dem Karten, Markus. Gut. Schaut sowieso aus. Hinten. Hopplast, nee. Okay, schieb mal ein bisschen zurück. Gerade zurücksetzen. Ja. Turm auf 1 oder 11, dass ich was sehe hinten. Ich kann auf 11, ich kann auf 11, aber schauen. Okay. Gibt es auch voll, wie es habt? Hinten, seid auf die Höhe von Panzer 4. Ja. Wir gucken jetzt, dass wir auf die, auf die Straße kommen. Die Straße ist links. Auf die Straße nach links. Ja. Übersalke gerade mal. Ja. Okay, ich bin jetzt hier, Panzer 4. Wir haben eine Halbkette erobert, ja? Nur zur Info. Supply-Deprozess fallen. US voll weg, wir haben es. Jetzt auf die Straße. Nach links auf die Straße fahren. Ja. Auf die Straße fahren. Aber es kostet ihr was fahren gesehen. Nicht schlecht, Gregor. Ich hätte ihn nicht gesehen. Ich hätte erst von rechts nach links rüber und dann fallen kann es auf uns zu. Panzer 4, hörst du mich? Panzer 4, hörst du mich? Fahr vor. Vorfahren. Da hinten schießt was. Stopp, 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 stopp. Da schießt eine Kanone. Da schießt irgendwo eine Kanone. Wir haben gerade mit der Kanone geschossen zweimal, ja. Achso. Fahr vor, bitte. Ich fahr dir nach. Wohin? Ich schießt da links auf die Kanone da. Irgendwann. Straße Richtung Norden. So, wir fahren runter auf die Straße. Auf die linke Flanke aufpassen, Panzer Major. Die linke Flanke. Nur ein bisschen vorfahren und links beobachten. Fahr vor. Und? Da kommt Kaliber 50. Von rechts. Gleich das? Da kommen Führschläger schon nicht. Passt. Und stopp. Okay. Kommt der Halbkette. Ah ja, eine Halbkette. Okay, so. Fahr mal vor. Vor. 50 Meter vor. Jetzt ist der Kanone-Foto aufgeschickt. Hahaha. Ich stehe jetzt westlich vom zweiten Sektor. Punkt. Ich wiederhole, nicht auf die Halbkette schießen. Die wurde erobert von uns. Wir sind nicht auf die Halbkette schießt. Gustav 741. Stopp. Wo soll ich mich jetzt formieren? Ich bin jetzt auf der Straße. Soll ich die Straße einfach Richtung Norden weiterfahren? Ja, und dann anders. Dann würde ich mal sagen... Nee, bleib einfach nebenan stehen. Okay, wir halten. Motor aus. Friedrich 731. Ich stehe aus. Motor aus. Alles klar, dann alles klar. Ich stehe bei Friedrich 731. Und warte auf Instruktionen. Das heißt, dass die keine Panzer mehr haben? Die dürften normal nichts mehr haben. Aber der war schon ein bisschen verzweifelt, der Panzer, der Schirman. Mit seinem Push. Ich habe schon gedacht, da werfen die Nebel, da wird er wahrscheinlich durchkommen. Aber es ist eine gute Idee, dass wir zusammengeblieben sind. Immer. Ja. Der wird keine Munition mehr gehabt haben. Wie ist denn unser Munitionsstand? APC-PC-HE-C15, APC-RT12, HEAT, Hammer 10 und HE Hammer 34. Guck dir mal auf 12.20 den Soldaten an. Neben dem Baum. Mit der Kanone. Hast du sowas schon mal gesehen? Das ist richtig ungesund, ha? Ja, aber ich glaube, da haben wir keine Probleme mehr. Naja. Ich glaube, Musik, hier könnte man seine Taschen leeren. Vielleicht hat er das wertvolle Ringe oder so. Live in zwei Minuten. Okay. Max, ja, möchtest du aus Richtung Süden einfach die Hauptstraße entlang angreifen? Wo seid ihr? Wir sammeln uns jetzt. Warte kurz. Wir befinden uns jetzt westlich vom Punkt auf der Hauptstraße. Wir stehen genau da, wo ihr vorher gestanden seid. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber du wechselst dauernd die Ziffern. Einmal bist du vier, dann bist du eins, dann bist du sechs. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ist es bei mir genauso? Ja. Vorhin warst du sechs, jetzt bist du wieder vier. Okay. Ich weiß gerade, wie viele Panzer haben die? Das ist, glaube ich, geheim gehalten. Auf uns ist es für die Seite, ja. Also, zwei, drei, vier. Sechs Panzer haben wir insgesamt, und es fehlt bloß der Hetzer Winter. Äh, ja. Äh, ja. Jetzt müssen wir auch ungefähr sechs Panzer haben. Gut, wir haben zwei Jackson, den Jaffe haben sie bekommen, den Sherman. Den Sherman und noch der Hellcat. Der Hellcat haben wir am Anfang gleich bekommen, das heißt, sie müssten einen noch haben. Einen mindestens noch, ja. Ja. Nur zur Info, die haben maximal noch ein Panzer vielleicht. Wenn es da bei uns noch genau gleich geht wie bei uns, gleich der Anteil an Panzer. Vielleicht noch zwei. Live. Ich habe noch keine Instruktionen, wir warten noch. Ja. Alles. Wir spielen spät. Ja, aber in der Performance müssen wir arbeiten. Wie viel FPS hat es denn? Ja, es ist ein Franzosen-Server, was hast du erwartet? Ja, 40 FPS. Ist ja nicht unser Server, unser Server ist ja um einiges besser. Ja, aber der Ping passt ja, ne? Aber ich rede für das Spiel selber. Ich werde, ach so, dass man es, ja, keine Ahnung. Die Jeffy haben die Infanterie gekriegt, oder ich weiß, oder? Ja. Ja, und Jeffy, der hinter dem Gebäude war, bei Boys Jackies, Punkt. Hm, kann sein, ja. Da stand auch ein Jeffy-Frag, wenn ich es gesehen habe. Ja. Die ganzen Halbketten-Frags. Also eine Hellcat am Anfang, dann den Jeffy, ein Jackson, dann einen zweiten Jackson und einen Sherman. Ja, dann müsstest du durch eine Einpassung. Eins, zwei Panzer, die wir noch haben. Warte. Frank. Ihr könnt jetzt auf der Straße dann gleich dementsprechend vorrücken. Spricht dich mit dem anderen Hannibal ab, dass ihr ungefähr auf gleicher Höhe seid. Ihr macht auf jeden Fall den Angriff zusammen. Ich werde versuchen, auf eurer linken Flanke zu bleiben mit Bia. Gegebenenfalls werde ich es voll umlaufen und von hinten angreifen. Ich habe auf jeden Fall Bia bei mir. Was ist mit dem zweiten Panzer? Ja, ihr könnt zusammen. Das ist kein Problem. Ja, hier. Ich bin hier. Okay, verstanden. Ja, okay. All right. Okay. 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 Ich stehe auf der Straße und bin bereit Richtung Sektor 3 vorzurücken. Wie viel Panzer hat er? Was hat er verloren? Ich glaube, nur ein Panzer 4. Wir haben ein Panzer 4 verloren. Ich soll mich mit dir zusammensprechen, dass wir auf gleicher Höhe vorrücken. Perfekt. Ja, dann einfach weitermachen. Hörst du mich? Kommt, ich gebe das in den Händen. Ich höre. Ich spreche dich auf jeden Fall mit Honeyball ab, wo die genau hocken. Ja, mache ich gerade. Mach ich gerade. Ja, ja, mache ich gerade. Und Teicho, eine wichtige Information noch, der hat eine Puck, eine amerikanische Puck geklaut und ein Half-Druck. Also dementsprechend aufpassen, worauf ihr schießt. Geben jedenfalls die Nachfolgen, wo deren Position genau ist. Verstanden. Neue Info. Wir haben auch eine Pucke over zusätzlich zur Halbkette. Also auch nicht auf irgendwelche Pucks schießen. Außer du bist sicher, dass es in deinem Puck ist. Alles klar. Alles klar. Wurde so weitergegeben. Bleibt erstmal in Stellung. Wir rücken jetzt zu euch auf und geben euch die Meldung, sobald wir gemeinsam vorrücken können. Verstanden. Wir sind südwestlich vom zweiten Punkt im Sektor 2 auf der Straße. Südwestlich auf der Straße vom Punkt. Ja, 50 Meter vom Punkt entfernt. Unterhalb der gestrichenen Linie. BR-1 ist bereit zu attacken. Wir halten. Alles klar. Hannibal, wir sind in zwei Minuten in Position. Verstanden. Ich warte auf euch. Panzermajor HG Hannibal kommt jetzt zu uns und wir rücken dann gemeinsam vor. Du kannst entweder links oder rechts von der Straße vorrücken. Ist deine Sache. Alles klar. Du bist für die linke Flanke zuständig. Ja, wir rücken links oder vor. Bleib auf meiner Höhe. Wenn ich vorrücke. Okay Hannibal, wir sind zu eurer Rechten. Ihr könnt loslegen. Verstanden. Motor anlassen. Und langsam vorfahren. Okay. Ich habe jetzt keinen Sichtkontakt zu euch. Wo seid ihr? Im Wald rechts neben mir? 50 Meter? Ja, copy. Verstanden. Wir rücken langsam vor. Ja, sie sind 50 Meter rechts. Die Wa... Da muss eine... Da muss eine T-Kreuzung sein. Wir rücken nicht weiter... Weiter vor als zur T-Kreuzung. Ja? Wir rücken so weit vor, dass wir die Häuser beschießen können. Ja? Weiter möchte ich nicht vorrücken. Be on Position. Westside of Hoy. Oh, bleib in der Senke. Langsam, langsam jetzt. Langsam. Will ich HE laden, oder? Ja, HE laden und Feuer frei auf den Punkt. Da vorne tut sich schon was. Stopp. Stopp. Ja, 12. Feuer frei. Zwei Feuer frei in der Büsche. Ja, ne, auf die Häuser da. Hoch. Hochziehen und Feuer. Etwas nach links. Ja, genau. Etwas nach links. Ja, jetzt da Feuer. Da hier. Da rein Feuer. Nicht in den Wald rein, sondern durch den Wald. Durch auf die Gebäude. Papa, schießt hier. Komm, Alter, was ist da? Wir schießen auf die Gebäude hinterm Wald. Ich komme da nicht durch. Schieß einfach die Straße entlang. Da sind auch Gebäude. Ja, genau. Gut so. So, das ist gar nicht. Erstmal ein bisschen sondieren. Wait, are we ready to attack? Okay. He-Feuer in Richtung des Dorfes feuern. Unterdrückungsfeuer, Panzer Major. Okay, jetzt langsam Feuer. Wir rücken langsam vor. Erster Gang, Babys. Ja, ich bin. Genau, irgendwo in der Dirk. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hinterm Panzer mit uns gemeinsam vorrücken. Wir fahren nicht weiter als zu T-Kreuzung. Wir können eure Flanken nicht mal richtig schütteln. Kannst du auch Feuer halten? Verstanden. Stopp. Feuer, halt. Feuer, halt. Feuer, halt. Verstanden. Ich gehe wieder auf den Kommandanten. Gruppe Hetzau ist jetzt an der T-Kreuzung Süd-Östlich. Ja, der T-Kreuzung. T-Kreuzung. Ich habe verstanden. Wir pushen in von dem Nord-East. Hört zu. Äh, ich schicke dir den Panzer IV in die Stadt, ja? Ich halte Position. Du kannst in die Stadt fahren, Panzer IV. Fahr die Straße da rechts, Richtung Norden, zur T-Kreuzung. Eigene Truppen bei der T-Kreuzung. Die Y-Kreuzung. Hörst du mich? Äh, verstanden. Mach einen Rechtsschwenk und fahr die Straße lang. Äh, verstanden. Ich wiederhole. Eigene Truppen bei der Y-Kreuzung. Eigene Truppen bei der Y-Kreuzung. Ja. Sprech dich mit der Infanterie. Gebt uns Senkung. Ja, machen wir. Nimm die Zweier-Ziffer. Das ist H.G. Hannibal. Verstanden, H.G. Hannibal. Hannibal, wenn ihr bis zur Kreuzung vorrücken könntet, könntet ihr Beschuss auf Richtung 4 Grad unterdrücken? Das sind nicht wir, das ist Panzermajor. Äh, Resist, ist das ihr, die benutzt, den halftrack von 50? Ja, wir haben nur noch einen, also wir haben zwei von ihnen da. Okay, wir werden jetzt die Straße links verlassen. Zwar, du setzt zurück. Ja, gerade zurücksetzen. Und dann links rauf. Auf die Straße. Vor uns. Äh, genau. Da vor uns. So, langsam. Und Stopp. Panzer auf 1 Uhr ausrichten. Ich sehe da was auf 12. Was ist das? Ein kaputter Panzer 4. Ich sehe es nicht. Zurück. Was hat das? Wo kam das her? Keine Ahnung. Zurück. Zurück und rechts einschlagen. Ah, ich hab's gesehen. Ja, Stopp. Panzer halt. Wah, scheiß Baum, Alter. MG, feuer. Siehst du ihn? Feuer. Ja, aber ich. Ja, treffer ein bisschen weiter nach... Ah, heiß Bäume her, wirklich. Sofort zurücksetzen. Sofort zurücksetzen. Feierlicher Panzer bei E793. Und stopp, stopp jetzt, stopp, stopp. Stopp. Talk to me, the positions of you guys. Kannst du noch normal drehen? Oder muss man reparieren? Ich kann normal drehen eigentlich. Okay. Ziel auf den Smoke. Sag Maxi, sag Bescheid. Hab ich gesagt. Gut. Ich sage es. Enemy Tank. Emil 793. Auf der Hauptbahnhof. South of the Point Foy. Motor aus. Er ist sicher abgeholt. Was? Die Kanone mal ruhig. Wir sind hier teilgedeckt. Ich beobachte links, ja? Ja. Ich höre was? Hörst du es? Ich habe mich auch gehört. Von links. Warte, 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 warte. Ich kann nichts erkennen. Ja, aber. Ja. Ja, ist ja klar. Keine Ziele. Links ist frei. Er ist irgendwo links, ja. Panzer-Major-Status. Ich schieße auf eins. Wir können aber nicht sehen. Bitte die Wanne auf 9 jetzt drehen. Warte mal, warte. Zumindest auf 10 irgendwo. Ich höre. Links. Links ist er, ja? 9 Uhr. Nach links drehen. Wanne nach links. Da ist er, ja? Stopp. Panzer auf 10 ist er. 10. 10 Uhr ist er. Keine Züchte. Viertel links. Ja, siehst du ihn? Feuer. Schuss. Ja. Er brennt. Rein. Ja, ja, ja. Er brennt. E8, German. On fire. Ja, wir haben ihn. Er brennt, er kocht. So, wir fahren jetzt in die Stadt. 180 Grad drin. Mutter an. Wir haben den E8, German, zerstört und fahren jetzt auch in die Stadt. Wo möchtest du uns haben? Fahr vor. Kann ich, kann ich sagen. Ich bin nämlich nicht so. Tiger is moving to fall. Give me position. Langsam. Langsam. Wo sollen wir hin? Wo ist die Infanterie? Langsam, langsam, langsam. Panzer 4 wird beschossen. Ja, Panzer 4 wird beschossen. Irgendwo links vom Panzer 4. Äh, der, 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 der Panzer steht bei vor, direkt auf dem Punkt. Der steht direkt am, der, der steht direkt am, der steht direkt am Punkt. Äh, ziemlich stark erwischt. Ja, dann gleich links Schwenk. Bist, bist du drauf ausgerichtet? Fahr vor. Vor und neben Punker in Stellung gehen. Gib mir in eine Richtung, wo ist er? Wo ist er? Richtung. Der ist mitten auf der Feuer. Das muss ich von der Straße ausgetroffen haben. Mitten auf der Straße bei Feuer. Kanone nach links, Straße zielen. Ja. Langsam vor. Ist ein bisschen vorfahren. Ja. Ist ein langer Haus. Stopp, 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 stopp. Der schießt auf uns. Stopp, 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 da ist er. Ja, ja, Flick, Schluss. Feuer. Nehmen den Feinpanzer unter Beschuss. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin auch tot. Fuck. Ist mein Schuss durchgegangen durch den? Tiger brennt, Tiger brennt. Tiger brennt, weg von Fatiga. Willst du wieder spawnen oder müssen wir warten? Alles egal, wir haben nichts an. Oh, ich bin tot. Komm hin, noch mal. Ich bin noch zingeln. Willst du spawnen oder müssen wir warten? Spawnen bei der Ding. Bei der Pop, will der? Ja, verdammt normal. Im Norden oben, ne? Ja, ganz oben.